So, wir rechnen noch ein paar mehr Beispiele zum Teilen. Und zwar konzentrieren wir uns in diesem Video komplett auf das schriftliche Dividieren. Das haben wir letztes Mal auch schon gemacht, nur noch nicht so genannt. Schriftliches Dividieren heißt, denke ich, vor allem deshalb, weil du dafür idealerweise Stift und Papier bei dir hast, weil du tatsächlich einiges aufschreiben musst. Das kannst du nicht im Kopf machen. Aber zumindestens ich nicht und ich denke, am Ende dieses Videos sehen wir auch eine relativ große Zahl, wo wir dann wirklich das alles schriftlich machen müssen. Fangen wir einfach mal an mit einem Beispiel und du wirst nach wie vor übrigens sehen, alles funktioniert immer noch nur mit dem Wissen des 1x1. Du musst mehr eigentlich auch gar nicht auswendig wissen. Also, erstes Beispiel. Rechnen wir 2292 durch 9. Und übrigens, 2292 durch 9 kann man auch so schreiben. Durch 9. Und dann sagst du dir vielleicht, ja, kenne ich, habe ich schon mal gesehen, das ist doch ein Bruch, oder? Und das stimmt auch. Das sehen wir auch später nochmal. Das ist einfach nur eine andere Schreibweise. Aber wir bleiben bei unserer Schreibweise von ganz am Anfang auch. Also 2292 durch 9 ist was. Und wie wir im letzten Video schon gesehen haben, wir fangen wieder ganz links an. Also erst wollen wir wissen, wie oft passt denn die 9 in die 2 rein. Und die passt da gar nicht rein. Deshalb schauen wir uns schon gleich die 22 an und überlegen, wie oft passt denn... Oh, Entschuldigung. Ich will ja eigentlich hier mit... Sehe ich gerade von der Vorlage. Ich will ja hier mit 4 rechnen. Also 2292 durch 4. Sorry dafür. Macht aber nichts. Wir machen einfach direkt weiter. Also was ist, wie oft passt 4 in die 2 rein? Überhaupt nicht. Wie oft passt 4 in 22 rein? Und da können wir ja unser 1 mal 1 wieder zur Hilfe nehmen. Also 4 mal 5 wäre 20. Okay, das passt noch in 20 rein. Und 4 mal 6 ist 24. Das ist aber schon zu viel. Die Zahl ist zu groß. 24 passt nicht mehr in 22. Also passt in die 22 nur 4 mal 5 rein, 20. Also 5 mal. Die schreiben wir hier hin. Und 4 mal 5 ist 20. Schreiben wir hier schön in die richtigen Spalten unten drunter. Und ziehen es vollendant ab. 22 minus 20. Da bleibt 2 übrig. Und jetzt ziehen wir die 9 nach unten. Und fragen uns, wie oft passt denn die 4 in die 29? 4 mal 7, wenn wir wieder unser 1 mal 1 anschauen, ist 28. 4 mal 8 ist 32. 32 ist aber zu groß. Das heißt, 4 mal 7 ist das, was wir suchen. 4 mal 7. Und 4 mal 7 ist 28. Und das ziehen wir wieder vollendant ab. 29 minus 28 ist 1. Wir ziehen unsere 2 nach unten. Und wie oft passt 4 in die 12 rein? Und das weißte, ist ja ganz einfach aus dem 1 mal 1. Das geht genau 3 mal rein. Das heißt, hier hinten kommen noch die 3 hin. Das heißt, als Ergebnis haben wir 2292 durch 4 ist 573. Ohne Rest geht glatt auf. Und deshalb wollen wir auch in der nächsten Übung gleich mal eine Rechnung, eine Aufgabe wählen, wo ein Rest rauskommt. Und wir folgen hier wieder den Vorgaben von der Khan Academy. Also wir rechnen 1.735.000 und 82 durch 3. Und der Cell hatte die Zahl gewählt und uns dann aber einen Tipp gegeben, wie man herausfinden kann, ob da jetzt ein Rest drin rauskommt oder nicht. Und das kann man machen, indem man einfach alle Einzelziffern hier zusammenrechnet. Also 1 plus 7 ist 8 plus 3 ist 11 plus 5 ist 16 plus 0 ist 16 plus 9 ist 25. 26, 26, 27. Und jetzt könntest du jetzt nochmal die Ziffern zusammenrechnen. 2 plus 7 ist 9 und 9 ist durch 3 teilbar. Ohne Rest würde also passen. Das ist so ein kleiner Trick. Der funktioniert aber nur für die 3. Das heißt, das ist auch der Grund, warum wir hier aus der 2 eine 1 machen. Und dann müsste da ein Rest bei rauskommen. Und das sehen wir jetzt gleich, indem wir mal anfangen zu rechnen. Also zuerst überlegen wir uns, wie oft geht denn die 3 in die 1. Die geht da gar nicht rein. Dann lasst uns gleich die 17 zu 17 gehen. Also wie oft geht die 3 in die 17. Und welche Farbe nehme ich denn hier mal gelb. Also könnten wir uns fragen, wie schaut denn das mit dem 1 mal 1 aus? 3 mal 5 ist 15. Das passt auf jeden Fall in 17. 3 mal 6 ist 18. Das ist aber zu groß. Das heißt, die 15 ist es. Also 3 mal 5. 5 schreiben wir hier. 3 mal 5 ist 15. Ziehen wir voneinander ab. Bleibt ein Rest von 2. Und die 3 ziehen wir wieder nach unten. So, und wie oft passt die 3 in die 23? Schauen wir wieder geheim in unser 1 mal 1. Ich denke, das sind schon Sachen, die kannst du auch auswendig. Aber es hilft immer, wenn man es aufschreibt. 3 mal 7 ist 21. 3 mal 8 ist 24. Also 24 ist zu groß. 21 passt aber noch rein. Das heißt, wir gucken hier. Hier wollten wir die 7. 3 mal 7 ist, passt in 21, in 23 rein. Also 7. 3 mal 7 ist 21. Auch das ziehen wir voneinander ab. Und da bleibt ein Rest 2 übrig. Wir ziehen die 5 wieder nach unten. Und 25. Wie oft geht denn die 3 in die 25? Und da haben wir vorhin schon gerechnet. 3 mal 8 ist 24. Das geht gerade noch rein. Das nächste Größere ist zu groß. Das heißt, dann haben wir hier die 8. 3 mal 8 ist 24. Wieder voneinander abgezogen. Immer das gleiche Muster. Wird nie schwieriger. Dann bleibt 1 übrig. Dann ziehen wir die 0 runter. Und wie oft geht die 3 in die 10? Das weißt du. 3 mal 3 mal 9. 3 mal 3 ist 9. 9 geht noch in die 10 rein. Das heißt, 3 mal 3 mal 3 ist 9. Und 10 minus 9 ist 1. Jetzt ziehen wir noch die 9 runter. Jetzt muss ich schon aufpassen, dass ich hier gerade zeichne. Wie oft geht die 3 in die 9? Entschuldigung. Wie viel mal geht die 3 in die 19? Und da haben wir hier vorhin auch schon 3 mal 6 ist 18 gerechnet. Das heißt, das geht gerade noch rein. Die nächste Größere Zahl ist 21. Das ist schon zu groß. Also 3 mal 6. 6 mal geht die 3 in die 19. 6 mal 3 mal 6 ist 18. Und auch hier ziehen wir 18 von der 19 ab. Bleibt 1 übrig. Und ganz zum Schluss holen wir noch ganz oben die 1 runter. und überlegen uns, wie oft geht die 3 in die 11? Ja, maximal 3 mal. Das ist nämlich 9. 4 mal wäre schon zu viel. Das wäre 12. Das passt hier nicht mal rein. Das heißt, 3 mal. 3 mal. Oh, ich kann eigentlich bei meinem Dunkelblau bleiben. 3 mal geht die 3 in die 11. 3 mal 3 ist 9. Wenn ich das miteinander subtrahiere, habe ich hier zum Schluss eine 2 übrig. Und wie oft geht die 3 in die 2 gar nicht mehr mal? Habe ich noch oben was stehen? Nee, ist auch schon alles weg. Das heißt, das ist wirklich unser Rest. Und das sollte ich auch noch oben hinschreiben, der Vollständigkeit halber, sonst ist es nämlich nicht ganz korrekt. Das heißt, wenn wir sagen, 1.735.091 durch 3 ist 578.393 Rest 2. Das ist von hier unten hochgeholt. So, ich hoffe, das hat dir ein bisschen Spaß gemacht. Jetzt hast du gesehen, jetzt kannst du jede beliebig große Zahl durch eine einstellige Zahl teilen. Du musst dazu nur das 1 mal 1 wissen. Wichtig ist einfach, dass du diesen Prozess und diesen Weg immer gleich wählst, dass du von ganz links anfängst. Dir überlegst, wie oft passt die Zahl denn hier rein. Und das ist entsprechend ein Pop-up im Weg. Dass du das entsprechend unten drunter schreibst, subtrahierst und dann geht es immer weiter mit den nächsten Spalten. Dann kommst du, egal wie groß die Zahl ist, immer zum richtigen Ergebnis. Viel Spaß dabei. Tschüss.